Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich will das Gerät vielleicht einfach mal in Betrieb setzen, nicht, dass Sie mal sehen, wie so eine Anlage funktioniert Dieses Gerät hier arbeitet noch mit Handaufzug, was hat natürlich Vorteile, man ist netzunabhängig Andererseits muss man immer mal ein bisschen kurbeln Die Polizei-Kundenkarte Die Poco-Car-Ring Die Poco-Car-Ring Ist ne tolle Sache, ich auch je nachdem Schönes Angebot wird's verschiedene geben, je nach den Bedürfnissen der Kunden Die Poco-Car-50 beispielsweise kostet im Jahr 125 Euro Dafür bezahlen Sie für jedes Bußgeld nur noch die Hälfte Und die Ehefrau Buß-Kentz und sonst Für den Mann Eine extrem angespannte Situation Was ist denn jetzt neu? Sie sehen hier meinen ersten Vorfahren Gewissermaßen den Ur-Polizisten Äh, bitte Opa Und alles live hier Setzen Sie weg Und ständig braucht man jetzt ein Passwort Überall PIN-Code, TAN-Code, nicht? Ständig Code, das ist doch scheißherrlich Dich, das ist doch scheißherrlich Oh, wow Was ist das? Was ist das? Ja, wie ihr mein Eidext Die er ja schon ewig Vor ein paar Jahren habe ich mal die Klinge ausgetauscht und letzten Sommer auch den Stiel. Tja, det er en so stilst. Hey. Freundliches Bier, es kommt dann gleich entgegen. Und hier kommt er nochmal und jetzt alle und kräftig und... Ja, toll! Da und los gibt es noch keine Zwangsjacken von Ralf Florin. Didi, du hast gut reden. Oder gehen wir mal in die Multiplikation. Zwei mal fünf sind... Zeh! Zwei mal fünf sind... 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 Untertitelung des ZDF, 2020